so da sind wir wieder weiter geht's nach einer kurzen nacht ich will dass es niemals endet nein ich will jetzt diese burg einnehmen ich will wissen wie es weitergeht vor allem und wenn dann noch mal ich krieg so einen an mich nein das wie gesagt mit den burgen drei viermal wäre okay gewesen dann wäre es richtig geil gewesen zu buch einnehmen und verteidigen ist ja geil aber jetzt wirklich hier acht burgen oder was das jetzt schon waren das ist ein bisschen too much baby too much ich glaube gut kann kein level hoch weil wir level 50 sind nicht 51 schade aber egal das passt schon das passt schon wir die guhle an licht aus bereit machen es wird zum einspielen heute morgen ist der auftrag gar nicht so schlecht töte zehn guhle krieg ich hin vielleicht kommen ja noch ein paar ep hier ist gar kein grün mehr da doch hier sind welche zwei drei vier fünf sechs sieben er war zu stark der war vor allem kann die guhlmattrohne erst gerade wie heftig hier sind wir könnten theoretisch jetzt den auftrag machen und gleichzeitig das da wie geht's denn tugok tugok wäre zum beispiel jemand der kann noch ein bisschen machen wir jetzt erstmal die blauen auftrag von mir was machen wir so einfach ist mir jetzt auch wurscht hä der kommt nicht hoch gut jagd jetzt verfügbar wir machen wirklich nur noch leute wo wir wissen dass die auch leveln können oder tugok ich glaube das ist level 46 oder so da geht das auf jeden fall ist ja klar dass ich jetzt auch das lp nicht mehr in die länge strecken will ich will jetzt einfach wo ist denn hier der eingang das ist mir einfach zu blöd ich will jetzt einfach diese burgen hinter mich haben weil ich auch schon wieder ein neues spiel starten möchte wir müssen einige spiele noch beenden aber ich habe schon wieder ein neues spiel da werdet ihr am ende dieses lps dann drauf getriggert und was wir dann spielen werden also es ist ein spiel es ist nicht neu es war schon ein playstation schon umsonst wir spielen sie jetzt aber erst es ist nicht orks must die orks must die läuft nebenbei immer wieder mal ich habe schon wieder zwei drei folgen aufgenommen die kommen aber auch auf jeden fall lustiges spiel und ich ärgere mich dass ich rocket league damals nicht geholt habe für die ps4 wäre nämlich lustiger gewesen als auf dem pc auch so von der grafik her schon tugok 49 hätte ein level gemacht hätte sich nicht mal gelohnt dahin zu laufen äh nein 28 nein einfach nur nein stufe 468 was haben die denn hier ich glaube 414 zu 468 jetzt sieht es besser aus sonst hätte ich gesagt lasst uns liebe einen kaputt machen mit zwei level 50 gern sage ich aber rein 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 ich will wissen ob er sich komplett verwandelt aber sich zurück verwandelt ich glaube nicht ich glaube nicht ich dachte du kommst nie wieder tag du vermisst wohl die schreie deiner eigenen armee heute kommt der tod durch die klauern und greifen denn umrigen bestien sie reißen euch das leben aus euren zerfensten körpern und Sie zermalmen euch wie witzig kleine Spielzeuge! Ich will dich nicht einnehmen, das würde ich nie versuchen! Behalte die verdammte Festung! Er holt uns die Festung, dann verschlingen wir ihre Bestien, dann verschlingen wir sie! Let's go! Ich weiß nicht, ich glaube wir müssen zweimal gegen den Hauptmann wieder kämpfen, den Oberleutnant, weil entweder holen wir uns an Bruce oder einen von den beiden 50er. Ich glaube ansonsten sieht es nicht so rosig aus, warum springt er so langsam da hoch vor? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Was ist da unten jemand? Ja! Weil du ganz alleine bist vielleicht? Weiß ich nicht! Ah! Ich glaube unsere Leute sind schon zum Teil hier drinnen, mein Freund! Habe ich überhaupt einen Leibwächter? Nö! Mist! Beim wenigsten Skun! Da oben die Bestie ist gebrochen! Ich glaube jetzt nicht nochmal hin, der ist tot! Hier unten, das wird erobert! So, der erste Punkt ist uns! Bruce hat schon ganz schön Damage bekommen! Der war schon mal stärker! Aber Bruce ist natürlich einfach Bruce! Ich mag ihn! Auch wenn er zwar wartet hat, einer! Ich bringe dich schon noch zum Oberherrn! Als Leder-Tuniker mit passendem Paar Stiefel! Wie ich diesen Namen Urbeno nur hasse! Ich bringe dich schon mal an! Ich bringe dich schon mal an! Aua! Irgendjemand ist fast hoch! Wir überrennen die im Moment! Krieger-Quartiers-Uns! Problem ist natürlich, dass die jetzt hier wieder zurückziehen zu den anderen Hauptmannen, dass wir dann noch mehr gegen uns haben! Macht aber nichts! Oha, unser Level 50er ist gleich down! Und jetzt haltet ihr euch auf! Nee, gar nicht! Irgendjemand zieht sich zurück! Nicht fallen! So will es die große Schlange! Hä? Ihr seid schon fast down! Guck mal, du bist schon tot! So gut wie! Nein! Nein! So, der ist wieder da! Mann! Vor allem so ein schwacher Typ! Die waren hier alle abhauen! Wie haben die denn uns besiegt? Alter! Wie bin ich denn jetzt down gegangen? In der Explosion, oder was? Aber ich glaube, ich war auch nicht vollgeheilt! Urbinus entkommen! Ich bin jetzt noch nicht mehr sterben! Ich finde es cool, dass wir die überrennen! Aber dass wir trotz meisem Ständen sind, ist natürlich uncool! Nehmen wir das Geld mit! Auch wenn wir es nicht brauchen! Also keine Fünfte oder auf jeden Fall! Er ist ja noch gebrochen! Er ist ja noch gebrochen! Der letzte Punkt! Und ich sehe keinen orangenen Hauptmann mehr! Sind die etwa alle schon entgefallen? Also bisher ist die Burg easy einzunehmen! Das Verteidigen war da weitaus schwerer! Und ich bin vergiftet! Und jetzt kommen die Starken! Und jetzt kommen die Starken! Uuuhscha! Na! Dort blutet auch schon wieder jemand! Warum hängst du denn so weit zurück, Paul? Wir wollen die inneren Punkte doch jetzt einnehmen. Und du bist doch außerhalb. Warum denn das? Hä? Warum fällst du denn außer rum? Außer rum? Außen rum? Bruce! Was ist denn mit dir, Bruce? Guck mal, hier ist ein riesiges Loch. Wenn du im Weg stehst, nicht. Ich hoffe mal, dass jetzt der Weg gebrochen ist. Aber es wird schon der Ober, das heißt, die sind schon da drin. Die Frage ist natürlich, ob sie oben drüber sind oder durch. Aber es sieht aus, als ob die Tür offen ist. Jawohl. Finde ich gut. Oh, der ist ja schon fast down. Er ist down. Wie lief er ist denn da drin? Dein Ernst. Wie war das bei Kobi bei One Piece? Nur weicher, ja. Gehen zurück. War kein nur das, glaub ich, gesagt. Bist du ein Marinesoldat oder ein Schwächling? Ich glaub, ein Level-Up können wir nicht hin. Da fehlt 40.000 EP. Boah. Ich wollte dem Kampf zugucken. Irgendeiner blutet. Ja, ich bin ja da, aber... Ich werde aufgehalten. Da war Geld. Hä, wo ist das Geld hin? Da ist das Geld. Der Blut schon wieder, Juni. Ja. Wir sind jetzt bergenden. Zeimer ist weg. Gerade eben habe ich die letzten Fetzen deiner Eingeweide aus meinen Zellen gepult. Und jetzt kommst du und versuchst meine Festung zu plündern. Ja. Mit ganz vielen Leuten diesmal. Die auch mal irgendwie stärker als vorhin waren. Nein. Von mir habe ich das Gefühl, die sind wirklich ein bisschen stärker. Oder wir haben jetzt natürlich auch zwei Level-50er dabei. Es kann auch sein, dass dieser eine mehr schon den Unterschlag... Unterschlag... Unter... Cheat macht. Ich kann halt nur um mich reden. Du lernst wohl nie dazu. Wie kommst du darauf, dass du mir meine Festung nehmen kannst, nur weil ich dich getötet habe? Weiß. Ich muss dir wohl noch eine Lektion erteilen. Kein Weg. Den Punkt könnten wir schon längst einnehmen. Ich will, dass die jetzt da endlich mal einen Down bekommen. Ja, weil der 53er hat immer noch keinen Schaden bekommen. Das macht mir jetzt langsam ein bisschen Sorgen. Weil wenn ich möchte, einmal sterbe ich am Ende. Dann verlieren wir hier den Kampf. Los. Ich krieg dich. Ich probiere alles. Noch mehr Geld. Hast das mit Uschak. Was? Einer ist da, Mann. Ich seh ihn. Dieser Bogen schützt ihn. Boah. Der lässt mich... Nee, das war's für heute mal. Ich versuch's ja. Ich komm ja nicht zu dir. Ich versuch's ja. Besiegen. Nein. Ganz sicher nicht. Lauf! Aber ich nehm' an... ...dass unser jetziger... ...Leibwächter nicht stark genug ist. Boah, ist hier dunkel. Ich seh' überhaupt nix. Jetzt seh' ich was. Willkommen in meinem Tonsal. Oder wie ich ihn nenne, deine persönliche Folterkammer. Bald kennt man ihn nur noch als Steinkram. So soll es sein. So. Der ist stärker. Der ist stärker. Egal, Leibwächter haben wir ja den einen Typ, den wir jetzt wahrscheinlich da draußen haben, nicht beschwören können. Genau. Also wir werden... ...wohl oder übel... ...die erste Runde verlieren müssen. Um hier zu bestehen. Weil wir brauchen einen Leibwächter. Und ich will Bruce. Ich will nicht den Level-50-Typ, ich will Bruce. Das war's schon, ne? Nein! Egal. Egal. Ich hätte jetzt sagen können, war mit Absicht, war aber nicht Absicht. Oh, du fressst mich! Hier ist er, Level-55. Er wurde immer stärker. Der Typ macht mir Kopfschmerzen. Level-55. Ausbildungsbefehle. Wir können den aber auch noch ein bisschen stärker machen. Bogenschützen-Rekrutierung. Normale Giftwaffe, normale Kampfausbildung. Stufe wird erhöht. Erhält eine Giftwaffe, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Wird um 5 erhöht. Fernwaffe will ich nicht. Nicht bei ihm. Eine Fluchwaffe, das passt nicht so groß. So eine Giftwaffe, weil ein kleiner Giftjunge ist. Genau. wird um 5 erhöht, auf jeden Fall. Dann ist er Level-50. Sehr schön. Und dann noch eine Gruppe wilder Räufer von mir aus. So, wir erhalten Folgen fürs Gefolge. So, und dann soll das jetzt funktionieren. Ich hoffe, dass wir das Ding jetzt auch gewinnen. Ich meine, wir haben Brucey verstärkt. Wenn jetzt Bruce uns nochmal verrät, ist er natürlich jetzt mega stark. Mit einer Giftwaffe auch noch ausgerüstet. Uiuiui. Wird er dann eng werden, ihn zu besiegen. Ja, Orkstube 55 werden wir in diesem LP wahrscheinlich nicht mehr rekrutieren und das Schwert noch stärker machen. Weil dafür sind die EP einfach zu gering, die wir hier immer bekommen. Da müsste man ja nach 20 Stunden Spielen noch 100 Folgen extra machen. Ja, genieß deine Niederlage. Ich genieße auch deine Niederlage gleich. So. Da sind wir wieder. Diesmal mit Bruce im Gepäck. Und keinem Leibwächter, der vor der Tür steht. Zurück für noch mehr Strafen, Bleichhaut. Bitte, lass uns gewinnen. Ich will dieses Burgen-Einnehmen nicht mehr machen. Burgen verteidigen. Du kannst die Festung haben. Okay. Aber er hat keine Wilde jetzt gerufen. Alter, ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Er hat mich in den Dreck geschubst. Wie ungefähr war das denn? Was wäre esuis? Gut. 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 Leutnant, Feindbäbel, ich haut mir in die Hose. Nein. Cool, der ist vergiftet. Also die Hälfte ist schon mal weg. Da oben chillt einer. Cool, der ist nur zum Sterben hier hochgekommen. Okay. 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 Das hat er ja wirklich nicht. Und er ist vergiftet vor allem. Also unser neuer Prusy ist noch stärker als unser alter. Der hat ja ein bisschen abgebaut. Jetzt ist er allerdings voll wieder da. Oh. Sagte ich und schon lag er im Sterben. Das ist doch nicht wahr. Jetzt zum zweiten Mal hintereinander. Ich will zu Prusy. Danke. Der Hauptmann ist jetzt schon gebrochen. Wo ist das laut? Ist super. Immun gegen Hinrichtung. Super. Das war's. Jetzt bin ich gespannt. Die Siegel des Herrschers von Mordor sind klein und unwichtig. Wir sind die Macht in Mordor. Und wir bleiben für ihr Mann. Gebiet erobert. Zum Oberherrnbeförder natürlich wieder Prusy. Ich will die Wirfung nicht. Etappe abgeschlossen. Belohnung plus Fähigkeitspunkt. Die Schattenkriege Etappe 7. Nein. Nein! Runde 2 geht weiter. Och nö. Noch 2 Belagerungen mehr. Ich will keine Festung mehr einnehmen. Und... Dann sehen wir uns... ...nächsten Folge in Noren wieder. Bis gleich. Jetzt ist die Schattenkriege Etappe.